Ich habe die letzte Minute gelesen, so ein Pilot hat auch so eine Begleitdame im Cockback während des Fluges. Also es gibt tolle Dinger. Ich wäre gar nicht Begleitdame gewesen, aber ich habe mich im Busen. Jetzt kommen wir zurück zum Eismann fahren. Wir fahren jetzt mit dem Eismann und zwar mit dem berühmten Zug von Chicago nach New Orleans, mit dem City of New Orleans. Musik 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 Musik